na gut hallo und herzlich willkommen zu was geht zu den besten cartoon serien nein das heißt was geht was geht es geht und ich renke jetzt zusammen hier ein bisschen da fällt mir schon mal auf ich habe keine ahnung was das hier ist da ich war ein paar folgen von gesehen aber ich habe auch gar keinen plan das ist irgend so ein ding und das irgendwie eine magische zoll oder sich praktisch nicht geguckt okay also das machen wir mit denen wir nicht geguckt haben weiß nicht auf die schon würde ich einfach gar nicht bringen also ich bin glieder und steht schon mal ziemlich gut bei a finde ich auch wir müssen irgendwo anfangen finde die geht schon die richtige richtung hey arnold finde ich auch super habe ich nicht gesehen kennst du nicht also arnold fand ich bekannt vor siehst du ja ein bisschen und dass er noch einen härteren schlag auf den kopf bekommen also ich finde arnold schon ziemlich gut du kennst leider nicht sehen also ich würde für mich bei a mit zu packen okay mach ruhig das ding ist es gibt halt eh meistens nur zwei arten von schoss die ich gesehen habe und schossen ja wo ich sagen muss ich ja nicht geguckt ab für mich auf es gibt sie eine serie auf jeden fall diese serie geliebt habe oder immer noch liebe und ich auch alle folgen gesehen habe ich sie schon mindestens zwei ja dann nimm mal eine davon ja ich glaube ich bin courage der feige hund alter wo ist denn er diese fucking serie das ist der links von der zweite ja hier ja mann die findest du gut die ist richtig geil alter ich glaube die habe ich gar nicht so viel gesehen aber du kennst das oder was ich kennst ja die finde ich so geil die serie der lebt so eine abgefuckte scheiße der ist so eine pussy aber er zieht halt durch weißt du und die oma ist das alles immer scheißegal die habe ich nur so ach da bist du ja ja okay der heißt leon auf jeden fall mit bei bruder die serie war richtig geil die hat guck mal die hat scary und lustig geschafft vernünftig zu vereinen auf einem halbwegs kindgerechten level also manche folgen waren schon finde ich abgefuckter als kinderserie aber kinderserien haben ja meist so einen erwachsenen also gute kinderserien haben meistens so einen erwachsenen unterton weißt du ja i guess ich weiß nicht ob ich das einen erwachsenen unterton für mich persönlich es auf jeden fall futurama ja wenn ich mit einverstanden also ich würde es eher so bei ab ja ist schon ziemlich geil stimmt ich habe alle folgen gesehen ich finde die serie super ich liebe sie für mich kommt sie auf jeden fall auf es aber ich okay mit was denn noch ich muss ehrlich sagen mit scooby doo konnte ich nie irgendwas richtig anfangen ja ich tatsächlich auch nicht also ich würde sie so bei zehn packen weil es war so eine serie die okay war aber ich konnte nie wirklich nie wirklich ich fand es immer langweilig oder also ich fühlte mich bei d reinhauen so ne bei d kommen wirklich beschissene serien hin ich fand es so traurig lustig immer also wenn du sagst auf C oder mach es bei C rein mach es bei C rein ist okay ich weiß nicht was das hier ist ich weiß nicht was das hier ist also ich finde da ist jetzt keine serie bei bei der ich sagen würde die ist so ultra beschissen dass ich mir lieber die augen ausstechen würde als die anzugucken ich weiß nicht was das hier ist es sieht halt ultra beschissen ja ja deswegen ich habe keine Ahnung was ist es aber es sieht so kacke aus kannst du mal so rechtsklick google suche machen ne das ist auch die firefox benutzen hat das was damit zu tun ne egal ja lass ihn raus benthen würde ich bei b in packen die fand ich gut fand ich okay fand ich aber nicht so geil weil ich habe ich geguckt wenn es wenn es lief ja ja mit b bin ich einverstanden dann was kommt jetzt powerpuff girls kommt bei mir auch bei b habe ich auch geguckt ne fand ich wack echt ich fand die witzig ja bei c ist das so äh ich habe ich habe mal einen sehr ach scheiß auf ich habe mal einen sehr lustigen ausschnitt gesehen aber ich kriege den jetzt ehrlich mal auf die kette also ja ich will die bei c packen die hatte aber auch manchmal äh ich fand die ganz witzig ja ich habe nicht so viel davon geguckt ja manchmal hatte die ich weiß also die eine szene die ich meine das war auch sehr erwachsen ja es hatte schon sehr erwachsen das war ob wir jetzt in die fresse ja ja also nicht für kinder aber okay moving on ähm hier phantom tv würde ich bei band 10 mit hinpacken habe ich auch nie geguckt also ein zwei folgen mal ja ich weiß was das war ich fand es okay ich glaube ich habe mal den sender nie geguckt wo das kam das war doch nickel oder um die oder um die zeiten nie geguckt als das kam ich fand die gar nicht so schlecht aber ich habe die halt nie gesehen ich freue mich halt ihr sind ihr sind so sachen wie tom und jerry und so drin und team titans aber es fehlen ganz andere klassiker so captain balloon sein ja ich glaube why alles ein bisschen was neuere oder also außer tom und jerry vielleicht tom und jerry ist ja super ja es sind ein paar ältere dabei aber ja ich weiß was du meinst ne gut er ist so ein new age kacke jimmy neutron das fand ich immer ganz cool das würde ich bei b reinpacken ich würde es auch bei b reinpacken das war so science shit science science bitch wie hieß denn auch mal die serie die war auch witzig dexter oder dexter das geheime labor von dexter oder irgendeine scheiße mit dexter vielleicht aber nur dexter dexter fand ich immer richtig cool würde ich bei a reinhauen echt ja ich habe einige folgen gesehen dexter war science shit nur ein witziger ich glaube ich habe jimmy neutron öfters geguckt aber ich finde die animation wenn ich mir die jetzt angucke wäre echt nicht so geil muss ich sagen also dieser cartoon look sieht halt viel geiler ich höre von nicht so dass das gut aussah ja ja das war das gute bei so cartoon weißt du du gehst für den für so einen eigenen style sieht vielleicht auch nicht realistisch aus aber ja ok ich würde die serie jetzt einfach mal auf die packen weil die kacke aussieht einfach damit wir das schon mal geklärt haben ja das ist ok ähm das hier was ist das hier das kommt mir auch bekannt aus haus für franzasie freunde oder so ist es glaube ich fand ich ok b na c c fand ich schon schlechter als jungen neutron auf jeden fall und ben ten und so ben ten voll männlich haus das hier wie heißt ich weiß nicht ich weiß nicht haus für die ganzen namen kennst alter ich bin zu jung dafür äh zu alt haus das also kennst du die gar nicht doch ich kenn die serie das ist ein dickes S bei mir die zweite, die ich mal gesehen habe die fand ich so geil, die Serie es ist nice animiert und der Typ ist einfach richtig korrekt, Alter korrekter Typ, Alter der ist so richtig allen helfen Typ und so, weißt du der erlebt krasse Abenteuer das fand ich richtig cool wir machen jetzt mal so Sachen, die mir nichts sagen, okay wie zum Beispiel das hier die fand ich auch ziemlich gut tatsächlich ich bin mir nicht sicher, wie die heißt der Charakter heißt auf jeden Fall Billy also der rechte da und der andere Main-Char heißt Mandy nee, ich glaube nicht, dass es seine Schwester ist und dann gibt es halt noch diesen Grim Reaper ich weiß nicht mehr genau, was die Geschichte ist warum die zusammen chillen aber die chillen auf jeden Fall zusammen und ohne Witz, es ist halt ultra witzig die das andere Mädel ach ja genau, irgendwie das andere Mädel das ist halt auch so ein kleines Kind aber das ist so ein düsterer Charakter die hat dem fucking Grim Reaper Angst gemacht oder den irgendwie getrollt oder so und jetzt muss der mit denen chillen und Billy ist einfach der komplette Spaß die der nur Scheiße macht aber immer irgendwie Glück hat oder so die Serie fand ich auch richtig witzig okay, A bist du mit einem auf jeden Fall A ja, ja dann das hier Ed und Eddie, Junge die müsstest du aber kennen, oder? die kenne ich? habe ich aber nie gesehen ich habe die auch nicht so viel geguckt C? ich würde die ja, ich würde C sagen ich glaube, wir werden sich richtig viele jetzt aufregen weil die meisten Leute, die das gesehen haben meinten eigentlich, dass die ganz gut war aber ich habe die halt nicht gesehen ja, was soll ich sagen das hier habe ich öfters gesehen aber ich weiß auch nicht, wie das hieß ich habe gar keinen Plan, was das sein soll ich weiß nicht, mit diesen kleinen Kindern diesen Babys der mit den roten Haaren ist vor der ist der Art Führer und so keine Ahnung ich kriege die Sachen nicht mehr hin die sind zu lange her kein Plan, A ich würde sie bei B hinpacken ey, ich habe es halt nicht gesehen so ich kann mal dann, was ist das hier? ich muss ja mal näher rangehen ah, das doch, das kenne ich das kenne ich auch dieser kleine dicke Junge mit dem Flieger Dings kommt mir bekannt vor Junge, da gab es einfach so ein paar Kinder die so ein fucking Hive meint waren aber ich verstehe nicht guck mal, da fehlt zum Beispiel Disneys große Pause, ja? ist ja auch nicht bei ja, natürlich fehlen welche also ich meine, willst du alle Kinderserien reinpacken vor allem, ich glaube, das sind eher ähm ist Disneys große Pause ja, ich glaube, wenn das bei Disney ist ist das wahrscheinlich schon so ein englisches Ding auch, ne? ja, ja wo wollen wir das denn packen? ich glaube, deutsche Kinderkartons danke ähm, ja B so B? ja ich würde, das konnte man sich schon angucken okay das das ist mal lustiger was ist das? Camp Laslo ist das, glaube ich, Alter das war ja, das ja, die scheiß noch zählt, Alter die waren in irgendeinem fucking Camp Camp Laslo ist das und das waren halt alles so komplette Spasten, Alter okay, das hier habe ich noch nie gesehen in meinem Leben ich auch nicht D D D dann können wir den Typen auch erpacken, Alter ja okay, er hier wie hieß er? Johnny na, ja, irgendwas Johnny Bravo ist Johnny Bravo? Johnny Bravo? kann das sein, ja? Johnny Perfect? irgendwie so ein richtig cheesiger Name, Alter habe ich nicht wirklich geguckt ja, ich habe das mal ab und zu geguckt das war auch eher so ein Lückenfüller C? ja okay das ist das hier Cow and Chicken Junge das ist so eine weirde Serie, ne? ich weiß gar nicht, wie also, du kennst die nicht, oder? nee kennst du, ähm, Ossi und die Kakerlaken oder so? ja, ja wo, wo, wo sind Ossi und die Kakerlaken, Alter? das geht so irgendwie in die ähnliche Richtung vom Gesamtsil her also einfach so komplett abstruse Scheiße die ganze Zeit Ossi und die Kakerlaken fand ich richtig gut, Alter ja, ja, ich finde auch richtig ja, da bin ich okay aber was ist mit Cow and Chicken? äh ich erinnere mich halt echt nicht mehr so gut daran, ne? okay, dann 10 ich weiß nicht, wie ich das fand ja, von mir aus ne gut hier man merkt so ne Tendenz zum C-Tier weißt du man mochte die alle so nicht also wahrscheinlich weiß man gar nicht mehr, wie man die fand aber man will die auch nicht in D-Tier packen so, das ist irgendwie zu gemein, ne? ja, alles was man kennt kommt noch so in C boah, ich hab keine Ahnung mehr, wie das heißt aber das war irgend so ein Kind und das hat die Schule gewechselt und der Affe war irgendwie sein Freund oder so ein Scheiß und da waren lauter Tiere sag mir null stimmt, der ist an ne Schule gekommen wo es der wurde aus versehen an die falsche Schule gebracht und da waren dann nur Tiere sag mir null ja, keine Ahnung, B oder so ich hab's halt wirklich gar nicht okay, jetzt kommen wir wieder zu Sachen, wo ich mitreden kann kennst du Spongebob, Alter? Spongebob Schaumkopf Spongebob du Spongebob schwierige Sache ich fand's schon man bräuchte mehr Tiers, Alter ich hab's gesehen auf jeden Fall und ich fand auch einige Sachen lustig aber ich fand's immer unlustiger, je älter ich wurde ja, aber wahrscheinlich auch, weil als du älter wurdest die älteren Folgen rauskamen und also ich fand nie so ein krasser Spongebob-Fan aber jeder Spongebob-Fan wird dir sagen, dass die die ersten paar Staffeln sind noch gut und danach werden die alle scheiße ja, aber ich würd sagen Lilo und Stitch und Hey Arnold hab ich die Liebe gesehen guck aber ja ja, das stimmt schon deswegen wird's bei mir auf jeden Fall bei B hinkommen die besseren Tier-Lists haben nicht mehr einfach nur so fünf Kategorien ja, sondern das ist so die haben gar keine richtigen Abstufungen mehr weißt du, die haben einfach hier ist richtig gut und da ist richtig schlecht und dann kannst du dazwischen das alles so ne gut, kommen wir zu noch einem Klassiker Tom und Jay ja, fand ich okay ich weiß nicht, dem sich halt auf die Schnauze gehauen ne war nicht so ganz mein Humor ich fand's schon lustig ja, so manchmal manchmal war's lustig, aber ich würd's schon eher nach B packen würd bei mir auch nach B kommen jetzt letztendlich das sieht aber aus wie die neuen Teen Titans die hab ich sogar gesehen zumindest die erste Staffel ich hab weder die neuen noch die alten gesehen Teen Titans fand ich immer geil würde bei mir bei A hinkommen also vor allem, weil ich letztens die die Staffeln gesehen hab erst aber es gab älter ich weiß nicht, also ich hab das ich hab das wie gesagt glaube ich nie gesehen aber aber für mich wirkte das immer wie so ne richtige Kinder-Serie Teen Titans ist geil, okay okay okay, ja hallo, das ist Robin und und die anderen Spastis wenn Elfen helfen hab ich viel gesehen, muss ich zugeben die hab ich richtig viel gesehen das wär eigentlich behindert, die nicht in den Arzt packen ja, wird bei mir auch bei A landen ich hab die halt auch viel gesehen die hat ja auch manchmal sehr erwachsen ja, ja das war die liefert auch so lange ja ich glaub, wenn du so lange ne Serie produzierst die einfach nur für Kinder ist verlierst du irgendwann den Verstand später kam auch noch dieses Kind dazu ja, ja Puff und Pup es ist halt so dumm aber ist auch voll süß ja vor allem wie einfach Puff hat nie irgendwas also selten irgendwas gemacht und alle waren nur so ja, du bist so geil Puff strengt sich aber richtig an für jeden Kack aber kriegt nur auf die Schnauze äh, hier, Dragons die fand ich auch relativ gut bei mir wird die wahrscheinlich bei A hinkommen weil ich die auch sehr viel gesehen hab ja bei dir nicht ich würde eher nach B packen ja, ist okay bis Punkt 10 was geht hier oh ich hab keinen Colors einbestimmt ja, mach grün, alter ach so ach so da ach guck mal, du kannst halt echt noch mehr du kannst noch mehr reinmachen oder hätten mehr reinmachen sollen oh jetzt alles gut keine Panik hier gut Kim Possible ah ich würde bei mir bei B landen Kim Possible richtige Powerfrau, alter ja, das stimmt ich fand's immer cool, die haben so Spy Shit gemacht und es war auch relativ witzig manchmal der coolste Typ war einfach der dicke Junge der der immer die ganzen Gadgets geholt Junge oh, Alter mir kommt so eine Random Szene gerade in Erinnerung ne die war auch richtig strange da haben die sich irgendwie erkältet oder so'n Scheiße oder sind irgendwie krank geworden und dann hat er dann hat er ihr so Videoaufnahmen gezeigt äh wo man sehen kann wie die Viren von den hinten ihrer Brüder oder so an sie übergehen und dass die deshalb krank geworden ist dann sieht er so ich frag, was er nicht wurde aus ja alter später ist Ron Ron heißt er doch, oder? ja der ist später auch noch richtig krass geworden weil er diesen scheiß äh Affenkampf noch gelernt hat und so der war später voll der Krass Irgendwas war da ganz am Ende letzte Folge ist glaube ich eine der letzten Folgen ist glaube ich wo die auf das Schulfest gehen zusammen ihr Date oh, wie cute mhm richtig cute weißt du welche Serie auch fehlt? Die Dinos die würde bei mir auch auf A kommen Die Dinos? ja nicht die Mama nicht der Papa keiner warte die Dinos kennst du nicht? ich weiß es nicht die hat ihn richtig ach du scheiße das oder was bruh, what the fuck nein so ne scheiße hab ich nicht gesehen du musst dir die letzte Folge angucken ich kenn die letzte Folge die ist so krank naja einfach alle alle kratzen ab oder so ne wegen ist das der mit die kommt oder die ficken sich selbst die ficken sich selbst und dann stelle ich Dinos aus Spoiler Warnung Schilgo der 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 guckt sich auch nur so die Welt an und denkt sich so call it Clone Wars habe ich gesehen habe ich nicht viel von gesehen also wenn es mal ab und zu lief habe ich gesagt so ja ist okay ich habe alle Böcken gesehen ich bin halt auch ein Star Wars Fan ne deswegen ich glaube ich eher raus also ich würde ihn A akzeptieren aber höher bitte nicht so Stufe lieber Drinks runter als Clone Wars ja das ist unsere Liste willst du noch irgendwas ändern? bist du zufrieden? naja ich gucke gerade durch aber die ganzen SC Serien die sind das sind schon ziemlich gute Serien alter ja stimmt Futurama habe ich letztens sogar die gucke ich immer Stück für Stück immer weiter durch im Moment wieder ich glaube ich bin gerade bei der fünften produzieren die immer noch achso du guckst einfach nochmal alle von ja ich wollte gerade sagen war die nicht fertig oder so ne ne ja die sind fertig ähm aber ich guck ab und zu Serien komplett nochmal durch Roger Corsair habe ich jetzt auch schon mal durchgeguckt ne Haare man was ich muss sagen 50 Jahre seit noch vielen Stunden Jahre ok ne gut wollen wir mal gucken was die ähm was na warte mal warte mal was sind denn Serien die noch fehlen so für dich weil also ok 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 und die kakerlaken auf jeden Fall das habe ich sehr viel gesehen Dragon Ball habe ich sehr viel gesehen ja das fand ich auch immer relativ witzig Dragon Ball habe ich halt gar nicht gesehen als Kind ich habe mal versucht das irgendwann anzufangen zu gucken aber boah das ist halt schon also vor allem die ersten Folgen sprechen wir jetzt nur von Kinderserien oder Serien die wir als Kinder gesehen haben Serien die wir als Kinder gesehen haben ja dann durch meinen Bruder Jack äh mein Bruder Jack S durch meinen Bruder habe ich Jack S geguckt ach so alter deswegen wird das da auch noch boah ich habe keine Ahnung also ich habe das halt früher geguckt aber ich weiß nicht wie früher was denn noch aber ja ich glaube ich es geht eher so um Cartoons ist Jack S ein Cartoon nein 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 stimmt es in der Cartoon Serien Simpsons habe ich nie gesehen damals ja Simpsons fand ich gut zwischen A und B würden die rumtingeln aber ich war jetzt nie so richtig krass Hype dafür ähm doch doch bei den ersten Staffeln auf jeden Fall A wenn nicht sogar S ja keine Ahnung daran erinnere ich mich nicht mehr so gut ähm was auf jeden Fall fehlt ist die fantastische Welt von Gumball alter dickes S tier so gut die Serie was ich jetzt da reinziehen würde das ist ein Polizist und das ist einfach ein Donut was ich jetzt da reinziehen würde was ich aber nicht als Kind gesehen habe ist Gravity Falls und die wäre bei S bei True und die war echt gut wir brauchen mehr Abstufungen die würde ich schon unter die packen die wir da bis jetzt haben aber ich fand Gravity voll super aber halt auch schon über die die wir in A haben ich meine wenn ich mich entscheiden müsste vielleicht eher nach S aber mehr Ranks das guck mal dieses scheiß Schubladen-Denken das macht gar keinen Sinn alter mehr fällt mir gerade gar nicht ein ähm Johnny Test Junge Johnny Test die fand ich auch ganz cool das fucking Liebe und Stitch dabei es hat mich schon eher überrascht der und Stitch lief aber auch sehr sehr lange das war super cool echt? ja okay keine Ahnung ich dachte das wäre so oder es war einfach so ein Ding was immer wieder lief ich hatte als Kind halt nie planen was so krasse Serien sind oh Yu-Gi-Oh habe ich damals geguckt nee mal gar nicht absolut gar nicht nee nee ähm ja es ist Hoffnung viel Digga what the fuck das glaube ich aber ein zu erwachsener das weißt du obwohl ich hab's auch sehr früh gesehen du glaube ich auch ähm vielleicht früher als man es heute ja ach keine Ahnung ich finde ja auf sowas ein allgemeines alter drauf zu klatschen ist halt auch so eine behinderte Idee ne ich meine an sich ist es ja auch nur eine alte Empfehlung was die da machen aber irgendwie keine Ahnung das so streng manchmal gesehen wird ne komplett lächerlich vor allem ich muss mich mal kurz über Kinoregeln abfacken ja das ist so dumm alter im Film ab 12 darfst du mit Eltern oder mit Erziehungsberechtigten oder whatever ähm halt ab 6 einfach rein ne und im Film ab 16 ist das einfach scheißegal du darfst ja jetzt ab 16 rein Punkt wie hat sich diese Regelung ausgedacht alter aber meine Mutter war cool von 6 bis 16 meine Mutter hat die Kinotickets geholt und ist dann rausgekommen hat mir eins gegeben und dann sind wir zusammen dadurch weißt du weil sonst genius alter mega gut so war ich als 14 kriminelle Master meins ey mega gut aber ich durfte ja ich durfte ja ich weiß nicht ne ich glaube ich werde halt spätestens ich werde halt spätestens auf die Fresse geflogen bei dem Typen der die Karten abreißt ne ne der war super cool da sind wir durchgekommen ich seh halt immer noch so aus als ob ich in die Filme nicht rein darf ich werde auch immer an der Kasse gefragt wenn ich Wodka oder so kaufe ja sind die denn schon 18 ja ich bin schon 21 ja ich muss ich muss also mittlerweile passiert's mir seltener aber ab und zu ja aber das Schöne ist die gucken dann noch nicht mal mehr nach nem Ausweis die so ja ok sie sehen nicht so aus und ich so ja ok cool dankeschön ich sag gar nicht wie alt ist ich zeig dann einfach mal aus was ich mein ja können wir machen redest nicht mehr mit dem Ganzen ja hä also ich hätte ich hätte halt nicht erwartet dass sie einem dann einfach glauben Samurai Jack and Beatty alter ja das geht Drama auch bei B alter hey Arnold bei B Tom und Sherry in S alter öh die hauen sich nul ich glaube aber nur wenn das ein Klassiker ist genauso wie Spongebob das kennt halt jeder hat jeder gesehen mal ja aber das ist ein alter Klassiker ok wenn jetzt so ganz so fucking 30 jährige ankommen würden ich weiß wie alt das ist aber die meisten Tiernis werden das ist doch eher so ein jugendlichen Ding oder es war ja bin ich doch jugendlich wir sind jugendlich ich bin jung geblieben oh nein ich hasse Leute die sowas über sie sagen ja ich finde das auch kein schlimm oder die sagen nicht ich bin so und so alt sondern ich bin so und so jung komplett behindert bitte geh nicht verbuddeln ich finde also es war natürlich klar aber Scooby Doo bei A ich finde es halt lame ja kein Plan seit 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 lang aber guck mal hier Billy und Mandy und so oder wie die Scheiße heißt das ist bei A ich finde es irgendwie komisch dass Clone Wars so weit unten ist tja ich hätte es auch im C gepackt ja keine Ahnung die meisten Leute die halt Star Wars nicht mögen werden da wahrscheinlich halt aussah also ja ja stimmt das hat Spaß gemacht ja das hat tatsächlich Spaß gemacht hier warte warte ich hab's gefunden The Grim Adventures of Billy and Mandy werde ich mir nachher mal angucken ich hab letztens wieder eine Szene gesehen Billy ist halt dieser komplette Random Humor sie ist so komplett düster und der Grim Reaper ist einfach ist einfach so ein fucking huren Sohn der die ganze Zeit nur Scheiße baut auch eigentlich vielleicht müssen wir mal ich fand's super witzig erwachsenen Cartoons also sowas wie South Park Family Guy und so weiter gibt ja auch einige vielleicht wird das das bei erwachsenen Cartoons gucken ne Niklas ja erwachsenen Archer findest du gut find ich gut hab ich aber glaub ich alles schon gesehen aber ich muss bei erwachsenen Cartoons an eher was anderes denken ja ich weiß weil du einfach pornografisch gekriegt bist kannst du mir nicht erzählen lass mal ein paar erwachsenen Filme gucken erwachsenen Filme ist was anderes erwachsenen Cartoons Alter wenn ich sage erwachsenen Cartoons muss ich ehrlich gesagt an South Park oder Family Guy denken nicht an irgendwelchen pornografischen Inhalte bei erwachsenen Filmchen was anderes bei Filmchen sehe ich auch immer richtig ich weiß nicht ja aber erwachsenen Filme ist genauso und es gibt ja auch Filme für Kinder und aus dem Schluss müssten dann erwachsenen Filme einfach Filme für Erwachsene sein es gibt Cartoons für Kinder und erwachsenen Cartoons sind ja fucking Pornos ganz klar ich weiß nicht warum aber in meinem Kopf erwachsenen Cartoons sind ich weiß nicht das sind keine pornografischen Inhalte aber erwachsenen Filmchen schon tja das ist krass wie Begriffe und Inhalte ja aber ich gucke ja auch nicht zu schreiten hinterher Scheiße wie du ne? auch dritt zu sein meinst du da auch noch was zu tun? du das du das ja so ein allgemeines Sprachding voll Studie voll Studie voll Studie voll Studie confirm alle finden sie viele pornografische Inhalte fast genau suchst du jetzt alle? wir müssen mal ne Studie machen dazu frag mal ach soo ach du ach du meinst die brah junge ich war wieder so dumm gerade egal soll ich denn jetzt fragen gehen? ja frag ihn mal ich frag ihn mal ich frag ihn mal frag welchen Erwachsenen Cartoon ihr gut findet ok jetzt weg ja sind wir aber noch nicht wirklich weitergekommen aber danke für deinen Anteil nach oben wir haben halt auch einen Teil aber das heißt nicht dass du recht hast ich glaub schon hä? es kann ja auch sein dass ich recht habe und einfach die meisten Menschen das so sehen das ist ja also das war ja jetzt eigentlich eine komplett behinderte Stichprobe hier wir müssen Basti fragen ruf mal Basti an ruf mal Basti an ok rufst du ihn an? ich ruf ihn an ja wenn du ihn fragst denkt er doch locker ein Hentai oder so es ist doch alleine dadurch ja aber es ist alleine dadurch manipuliert dass du die Frage stellst um 22.40 und ihn extra anrufst dafür stellst du auf laut? ja er hat dich weggedrückt er hat dich weggedrückt? ja ja was wäre wenn jetzt Masel verletzt wäre oder so schau ich ruf ihn an Basti an oder? Brugger Marcel stiert er hat sich weggedrückt? er hat sich weggedrückt? krass Hilfe der denkt drauf wir hätten gesoffen gerade ich habe ihm geschrieben sag ehrlich woran denkst du bei Erwachsenenfilmen im South Park oder Hentai was hast du gesagt bei Erwachsenen? ach fuck du bist doch ein Idiot ne? ich habe geredet dabei ich bin so doof ich würde aber sagen wir beenden die Folge er versteht die Frage nicht alter oh er schreibt er schreibt er schreibt auf die paar Sekunden kommt es jetzt auch nicht mehr an aber ich finde nächstes mal sollten wir uns die Sachen selbst raus suchen die wir ranken ich weiß gar nicht wie hä ja aber das funktioniert doch nicht auf der Seite oder? nee hä nein wir sollten das schon damit machen finde ich finde ich okay aber da wird halt immer irgendeine scheiße fehlen dass die fantastische Welt von Gambo gefehlt das hat einen Skandal willst du das vorbereiten? ja alles auf der Seite machen sind wir jetzt also er hat nach 5 Minuten geboren und dann wurde I don't know ich wollte gerade schlafen bis die Tage laufen wie ist der Typ eigentlich quasi behindert oder so oh man ey na gut ich würde sagen das war es jetzt haut rein tschüss tschüss money money day ey